Hallo hier ist Naruto1986. Herzlich Willkommen zu Megaman X Part 14 und jetzt geht es da weiter wo wir heraufgegangen haben und let's go Und dich nehme ich mit. Tor Ah ja ok dann weiß ich jetzt wo ich hier bin ok Das heißt ich muss die gegner hier noch mal alle machen Wir kommen jetzt zu einem gegner noch einmal erneut So jetzt haben wir jetzt die anderen gegner auf uns geschossen Okay, wie ist es? Okay Und tschau tschau Oh Oh, Mann Oh Mann Oh Mann Hier rein Oh Mann hier rein Schön finde ich mein Freund, schön. Du nützest mir da nichts ab, weil das ist ein Brummell. Okay, hab dich. Oh yeah. Und tschau tschau. Der Typ, der lässt sich einfach nicht treffen. Oh, das reicht mir nämlich. Was ist das hier? Oh Gott, ich habe das hier. Oh Gott, ich bin der Lecker. Oh Gott, ich habe das hier. Oh Gott, ich habe das hier. ja ich verstehe es nicht warum es ist jetzt so dass sie das hier ist so schwer machen müssen ich verstehe ich verstehe ernsthaft ich verstehe es echt nicht wirklich ohne witze ich verstehe so johann jetzt Oh mein Gott, das ist ein Torf. Oh du Kleiner, das ist doch ziemlich toll für dich, krieg ich das auch, mein Freund. Ich hab dich, das ist vorbei, Alter. Kabam. Are you Raider? Are you in der Siege? Hm. Ach, du also. Ach, Black Mention. Ach, Black Mention ist hier. Ich glaub keine anderen. Oh, ey, ich hasse es nicht. Du sollst doch nicht umspunnen, du Mungo. Sorry, aber tut mir leid, tut mir wirklich. So was nervt mich einfach wirklich. Ich weiß noch etwas. Oh ja, klar. Du meinst, du hast hier eine Chance, dass du dieses Freund findest. Du sagst, dass du dich nicht benutzt hast. Ich weiß nicht, warum du nicht benutzt machst. Warum benutzt ich die anderen nicht? Oh, nee. Wie sagst du, warum benutzt du nicht Weil es nicht so auch ganz gut geht. Okay passt der feuertyp kommt schon wieder kung fu man was ist ein problem für dich habe ich das aufgehoben warte mal habe ich im wasser oder sowas die eis habe ich aber ich brauche ich brauche Schattenläufer wow ich brauche Schattenläufer sind echt glücklich ich brauche Schattenläufer hab dich und auf Wiederschnalter hat sich ausgepumpt ich brauche Kumpfut hm ok ah ja dich wieder mal dich gibt es da noch oder was k ich die 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 Okay. Mhm. Sünderich. Okay. 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 Letzten, aber. Game Over, Alter Nix da Ah, okay, es gibt noch zwei Oh, nee Ah, jetzt geh halt doch hoch Oh, okay Oh, nicht Dashenwand, Freund Jetzt sind wir schon, wenn du willst So Hä? Ah, ja Oh, okay Übertreib nicht, okay Übertreib nicht, okay Oh, nur du Danke Oh, ja, klar Das war's für dich, so ein dummen Mann Ciao, ciao Oh, ja, genau Oh, ja, genau So, he's killing her Oh, towing diesel Oh. Na ja, komm du mir nur runter, dann hast du ein Problem, Junge. Komm runter, dann hast du ein Problem. Ich hab dich gewarnt, komm runter, dann hast du ein Problem. Die Dill-Box haben nicht erledigt. Zum Teleportionsfunk, okay, fertig. Wo ist der? Oh oh, jetzt lässt sich Gas geben. Warte, ist das kaputt? Oh Gott. Oh Gott, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich werde dich auf den Namen nennen, denn ich bin, ich bin, Sigma. Oh ja, klar. Hm. Du planst dich auf alle Replioide, alle Menschen? Du bist komplett verrückt. Ich stelle hier jetzt ein Verzicht. Ja, das ist... Wow! Wow! Oh! Oh, feg, dieses ist okay. Hm. 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 Okay. This is it. Hm. Hm. This is... Oh, right. Iniccure. Das war wohl nicht. Und... Oh, yeah. Mission abgeschlossen. Timing to haul. 100%. Oh, yeah. Hm. I'm picking up multiple Maverick signals on the moon's surface. What is this? I think it's Sigma. How can you tell? I can sense it too. It's him. Hm. Hmm. So you're saying that other was a copy? Seemed like it. Well, this is it. Sigma, I'm coming for you. Here we go, Hunters. Let's move out! Hmm. Sigma Plus. Sigma Plus. Labor. Speichern. Auf jeden Fall. Ah. Oh, yeah. Ich will entwickeln. Kann man schon was entwickeln, was Neues? Hm. Anscheinend nicht schon für Zero vielleicht? Nee, erst an können, dass es da was Neues gibt zum Kippeln. Anscheinend nicht, egal. Säge! Hier kommt's! Sigma! Ready! Oh, ich habe den Mund. Ich habe den Mund hier. also ist die Funktion Werfen schnell, ok. Und tschüss, bin drin, Trottel. Oh ja. You still refuse to give up your struggle, huh? Are you so blind that you've somehow convinced yourself that hope- As long as I'm s- I'll defeat both. Maybe I'll wait- You can't escape! Oh no, you got it! You can't escape! You can't escape! You can't escape! Oh yeah. Oh yeah. So, we can be out of. Oh okay. Na warte, mein Freund, nicht mit mir, Alter. So nicht, Alter. Gib doch einfach auf, Junge. Okay, Alter. Der Junge kann auch nicht aufgeben, kann das sein? Okay, Alter. Ich steck's schon auf Excel, da kann sich Megaman hier ein bisschen auffüllen hier. Wir haben auch schon dabei, wir sind. Hm, okay. Okay. Run. Oh ja. Langsam reicht's nicht mit euch. Langsam hier, Alter. Jetzt provoziert nicht, okay? Ich kann's noch an zu provozieren, Alter. Ich glaub's nicht, Alter. Ich hab's, Alter. Boah, scheiße. Oh ja, das kommt genau richtig shit. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Okay. Dann bin ich.